Hey Ali, du hast jetzt eigentlich wirklich den Laptop zerstört? Nee, oder? Nee, 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 oder? Du, du, Ali, du, ich hab ne Frage, hast du jetzt eigentlich wirklich den Laptop am Anfang zerstört? Ich glaub nicht, oder? Doch hab ich. Du, du, hey Ali, ich hab jetzt mal ne Frage, hast du jetzt eigentlich wirklich den Laptop zerstört? Nee, ich glaub nicht, also, hast du ihn jetzt wirklich zerstört? Hast du den Laptop zerstört, Ali? Warum? Warum? Jo Freunde, viele von euch sagten, ey, mach mal ne Kommentarshow. Und ich so, äh, nein, äh, no, njet. Warum? Gibt's doch schon 10.000 Mal. Oder denkt ihr, dass mir gar nichts mehr einfällt? Aber gut, wenn ihr drauf besteht. Hier ist die Kommentarshow, aber nicht mit euren, sondern den dummen Kommentaren von anderen dummen Menschen unter anderen Videos. Und los. Das ist unsere Chance. Deutschland braucht einen Todesstern. Wofür? Äh, 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 Todesstern, duh. Mit dem Todesstern könnte man andere Planeten zerstören und dann die Weltherrschaft übernehmen. What? Du willst durch die Zerstörung anderer Planeten die Weltherrschaft übernehmen? Fuck, logic level. Okay, war bestimmt ne Frau, die das geschrieben hat. Nein, Spaß. Jetzt drehen wir uns alle einmal im Kreis und dann ist wieder gut. Aber mega geil, so by the way. Man hat mal errechnet, dass für den Bau eines Todessternes mehr Eisen benötigt würde, als auf der Erde vorhanden ist. Zusätzlich würde der Rückstoß, den der Todesstern durch seine Masse verursacht, wenn er sich von der Erde trennen müsste, so groß sein, dass die Erde aus ihrer Umlaufbahn geworfen werden würde. Und dann werden ja alle tot. Aber hey, was soll's, wir hätten einen Todesstern. You can't force this argumentation. Wer mich abbot, wird abonniert. Klappt mir. Ey, yo. Abos wissen, wer der Babo ist. Kraftbefehl. Grammatik. Super Video, Jungs. Ich hab einen Schweizer YouTuber-Channel gefunden, welcher ich es sehr gut finde. Wird toll, wenn ihr die Jungs auch eine Chance kriegen könnt. Also bitte abonnieren. Der Kanal heißt SkyGuysTV. Ich hab den Schweizer auch eine Chance. Schreibt SkyGuysTV. Du oder Mehri? Ey, bitte liken, damit sie's auch sehen. Hä? Wie? Oh? Liken? Hä? Was? Hä? Man soll also den Kommentar liken, dessen einziger Inhalt ist. Bitte liken, damit er gesehen wird. Der Kommentar mit dem Inhalt. Bitte liken. Hä? Mann, bin du ein Lappen. Okay, sorry. Ich dachte, ich guck mal wieder unter mein Julien's Video. Mehr dumme Leute auf einem Haufen findet man selten. Oh, wer den Typen auf dem Bildschirm auch gern unter die Fresse schlagen würde, like den Kommentar. Null Likes. Sorry, Bro. Dann ist das am Vollposten. Okay, sorry. Ich musste grad erst mal auf das Profilbild klarkommen. Okay, was steht noch auf der Agenda? Hurensohn, Lappen, Lappen, Opfer, Wichser, Opfer, Lappen, Lappen, Spasti, Hurensohn, Opfer, Lappen, 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 Opfer, Wichser. Ohhhh. Hey, es war schon voll lange. Keine Maxu-Bratwurst-Folge mit dran. Hey, Ali. Okay, Leute. Sagt mir mal, wie es euch gefallen hat. Drückt mal einen Thumbs-up oder Thumbs-down. Hier kommt ihr jetzt nochmal zum letzten Video und hier kommt ihr zum neuen zweiten Kanal, auf dem wir etwas persönlicher werden. Schaut einfach mal vorbei, ob es euch gefällt. In der Videobeschreibung findet ihr erstmal alle Videos, die ich benutzt habe. Bis dann, Leute. Ciao. Bis dann.